Beziehungsweise, wir sind ja schon gut 15 Minuten dran. Frisch angefangen ist ja auch gut. Aber wie gesagt, die ganzen Folgen landen ja wieder auf YouTube, also könnt ihr euch die dann wieder ganz gemütlich reinziehen, falls ihr was verpasst habt oder so. Ich frage mich gerade. Achso, Prost erstmal zusammen. Und nicht wundern, dass ich heute ganz klaren trinke. Ja, das hat gewisse Gründe, weil ich momentan Medikamente nehmen muss. Der ist ja betrunken, oder? Wie kann ich denn, kann ich dir irgendwie an dem vorbeischleichen? Weil sie dann so in Deckung geht? Als ob der mich nicht sieht, wollte ich schon sagen. Doch, das klingt... Moin, der gute Doppelkorn. Hallo, Angel Rock. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ich finde, uns einschaltet das. Das heißt, wir müssen irgendeinen Weg finden, wie wir an ihm vorbeikommen. Die Frage ist, wie? Können wir hier irgendwie weit reinlaufen? Nee, ne? Nee. Okay. Okay, das heißt, es muss irgendwie eine Lösung geben, wie wir... Huch, hallo. Wie wir an ihm... Chloe schreibt schon wieder, hello! Ich weiß, Chloe, du wartest auf mich. Da müssen wir mal gucken, wie wir den irgendwie ablenken können. Was ist das hier? Achso, das ist die Sprinkleranlage, ne? Hm. Da ist eine Bank. Vielleicht liegt doch irgendwas hier hinten drin, was wir gebrauchen können. Müssen wir mal gucken. Schauen wir nochmal eben. Ja gut, Doppelkorn ist es natürlich nicht. Das wäre ja noch schlimmer. So. Ähm, müssen wir mal schauen. Können wir denn irgendwas mitnehmen hier vielleicht? Da ist noch was. Das hatten wir nicht gesehen. Ich weiß, Samuel hat keine silken Schrauben. Also, wer macht das? Okay, verstehe ich nicht. Ist aber nichts hier irgendwie, was wir... Da, Toolbox. Nichts, aber Tools. Okay, nichts außer Tools. Außer Werkzeuge. Hm. Es kann ja gut sein, dass hier was liegt, was wir brauchen dafür oder so. Ansonsten probieren wir es nochmal draußen. Machen wir das nochmal. Die Frage ist, wie kriegen wir ihn da irgendwie abgelenkt? Das ist die große Frage. Da müssen wir mal gucken. Sonst hier draußen ist aber auch nichts, ne? Weil Chloe wartet ja auf uns. Was haben wir hier? Vielleicht müssen wir auch gucken, dass wir irgendwie die Lampe auskriegen oder so. Aber ich glaube... Ne. Wie kommen wir denn an ihm vorbei? Ah, Moment. Können wir hier was machen? Vielleicht? Ne, ich dachte, an dem Stromkasten kann man vielleicht irgendwas, äh... Fummeln. Oh, fummeln. Ich fummle gerne. Natürlich, Max. Der sieht uns doch. Das ist nicht einfach. Da müssen wir... Müssen wir mal schauen. Ich hab auch jetzt so grob keine Idee. Also, falls ihr Vorschläge habt oder so, ne? Schreibt das ruhig in die Kommentare. Denn, äh... Dann... Schauen wir da mal. Hier können wir uns hinsetzen. Brauchen wir aber gerade nicht. Das Eichhörnchen ist weg, oder? Ne, ist immer noch da. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Hm. Da war noch ein Eichhörnchen. Hier vielleicht. Nein, auch nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier irgendwas zu tun hat mit... Mit dem Raum, dass wir hier vielleicht irgendwas tun müssen. Aber was? Hm. War nur das Magazin. Da unten lag nur das... Tuch. Hm. Verdammt. Da ist die Toolbox wieder. Da sind die Schrauben und... Miau. Miau. Okay. Im Moment, da war doch noch was anderes, ne? Oder? Hab ich mich jetzt da verguckt. Oder? Nochmal kurz reingehen. Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen... Länger dauert, aber umso länger, ne? Für euch. Achso, im Übrigen. Heute gibt's dann wieder ab 22 Uhr geht's dann wieder weiter mit The Last of Us. Dürft euch freuen. Da war doch gerade noch was anderes, oder? Ach, ne. Geht nur von oben da unten. Äh, ja genau. The Last of Us spielen wir weiter, natürlich. Wir sind ja da auch schon relativ weit. Und, ähm... Ja, ansonsten... Also, wie gesagt, wenn wir's heute nicht schaffen, Life is Strange, ich glaube nicht, dass wir in zwei Stunden durch sind, werden wir dann, äh... Ja, morgen weiterspielen. Life is Strange. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt sehe ich gar nichts, weil ich gerade ne echte Anfrage bekommen habe. So. 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 So, jetzt aber. Ganz schnell vorbei. Dank, danke... Danke für den, äh, Tipp, Niki. Vielen, vielen Dank. Ne? Meow. Genau. Danke für den Tipp. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Wäre die allerletzte Alternative jetzt gewesen. So. Wo ist denn Chloe? Macht mir ein bisschen Angst gerade, dass keiner hier ist. Booyah! Woah! Ida! Get it? Booyah! Like I'm a scary punk ghost. More like a scary and sensitive asshole. Chloe, I watched my friend jump off a roof today. I don't think you need to prank me tonight. You always trip out on me for not being there for you, but... Is this how you're there for me? I'm... I'm sorry, Max. I wasn't even thinking. I suck. I'm not trying to be a bitch, but... I'll never get the image out of my head of Kate jumping off that roof. All because my power didn't work. It didn't mean shit. I know seeing Kate fall was horrible. I don't even know how to deal with that, so I just... Act like an idiot. But it's your badass power that's gonna bring all this to a close. We just need to connect the players. And find out who really killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Please don't joke about this, Chloe. Not right now. Max, I'm not laughing at you. My old counselor told me that my sarcasm was a way of avoidance. That's why he's my ex-counselor. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got your step-boy suspended. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? We need to find out more about who Rachel was involved with around here. She was able to blend in with everybody. Even with people I hated. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Dead? I'm sorry. I hate even saying that, Chloe. Not as much as I hate thinking it. Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step-prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert grown here. Okay, sie haben sich also am Anfang so ein bisschen drüber unterhalten, halt, ähm, äh, mit Kate und alles, dass sie gestürzt ist. I was distracted, as you know. It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Not anytime, Mr. Jefferson. I imagine, uh, you're pretty upset over Kate as well. I'm like, still in shock. I've never seen anybody die. I really cared about Katie. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, uh, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Hebrews. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Are you fucking kidding me? Okay. It's so stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Oh, okay. Hi, Danny. Welcome to the Let's Play Live Show. Willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Okay, Victoria hat sich jetzt so ein bisschen an den Lehrer rangemacht, versucht so ein bisschen zu bestechen. Wegen dem Fotokontest. Aber es hat wohl anscheinend nicht geklappt. Tell that to Kate. Okay. Come on. One more door and our work here is done. Okay. Okay. Das ist es. Was ist das? Die Sicherheitsorganisationen müssen die Gehe nach dem Prinzip. Er schützt, wie alle hier. Jetzt müssen wir die Tür öffnen. Ich weiß es nicht, ich weiß ein bisschen über Lockpicking. Dank an Frank. Ich könnte es auch mal testen, meine Thief-Skille. Geh es. Wir sind bereits in diesem Gehe. Du könntest den Schlüssel finden. Nur in der Fall. Ja, ich könnte es. Okay. Jetzt werden wir mal alles Schubladen durchsuchen. Irgendwann werden wir schon finden. Boring. Crap. So, sie vermuten ja, dass da hinter der Tee irgendwas versteckt ist. Ich weiß es nicht, dass da eine Schubladung ist. Ich fühle mich schlecht für die Tee-Hipster, die das Buret verloren verloren hat. Hier sind die Schlüssel. Nichts für den Prinzip. Keine Schlüssel für dich. Wir müssen einen anderen Weg in finden. Ich glaube, ich habe nicht genug Zeit mit Frank. Aber ich werde benutzen meine DIY-Lockpick-Tools, während du mit einem besseren Plan hast. Mein Plan hat ein Name. Hey, Warren. You busy? Just Bubblehearth. You'll be okay. Listen, ich brauche deine Physik-Expertise, Stat. Okay. 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 Kannst du hier bleiben und nicht getroffen werden? Ich könnte auf der anderen Seite der Tür, bevor du, Lupin. Die Runde ist auf. See you soon. Wir haben irgendwie was bekommen, um uns irgendwas zu basteln. Okay, wir brauchen Zucker, eine Sodadose, Duct Tape, also Panzerband oder Klebeband und Chlorate. Was ist das denn? Okay, dann müssen wir mal gucken, wo wir die Sachen finden. Aber ich glaube nicht hier. Soda, da kriegen wir doch wahrscheinlich hier, oder? Hallo? Sodakennen? Hallo? Sehr schön. So, da haben wir schon mal die Sodakennen. Jetzt brauchen wir noch Zucker. Zucker wäre am besten in der Küche oder irgendwie sowas. Hallo? Ist ganz schön gruselig in der Schule, so... In der Schule so rumzulaufen alleine? Da steht, glaube ich, Zucker. Nur ein B-? Warren hat meine Faith verletzt. Natürlich bin ich gar nicht die Wissenschaft. B-? B- hat Warren gekriegt. Da steht Zucker. Jawoll! Wir verdienen viel mehr als das, um Nathan zu nehmen. Aber... ... jede kleine Karte betrifft. Okay, wir haben's wieder abgehästert. Finde ich geil. So kann man das auch mal machen. Einfach mal in die Schule einbrechen. Zucker. So. Du bist halbwegs nach Hause, Max. Was war das denn noch? Wir brauchen noch... Nachricht von Warren. Bist du noch da? Bist du noch da, Max? Ich muss jetzt konzentrieren. Bist du noch nicht. Bist du noch da? So, was war das denn noch? Jetzt muss man mal kurz schauen. Äh... Ach so, Klebeband. Genau. Klebeband. Müssten wir normalerweise doch auch hier in dem Physikraum bekommen, oder? Nee, Quatsch. Im... Was haben wir denn hier? Everybody is asleep. I hate to wake them up, but... I want a picture. Good evening, Fish Fish. Good evening, Fish Fish. Hallo? Machen wir davon mal ein Foto. Vom Aquarium. Nice work. Können wir's wieder ausschalten? Please resume your slumber. The Reflex. Ich hab grad The Reflex, die Trophäe, bekommen. Ist ja ulkig. The Reflex. So. Müssen wir mal hier uns mal umschauen. Was haben wir denn hier Schönes? Chemical Stuff. Hallo? Du? Du bist ein Arzt, dammit. Nicht ein Wissenschaft. Aber das ist so nicht Sodium Chloride. Sodium Chloride brauchen wir dafür. Science Book. Sodium Chloride ist... ... ein Weed Killer. 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 Die Frage ist, wo kriegen wir das her? Da ist Graffiti. Da steht's nur auf. Ich hab nie gesagt, sie waren großartig, Troll. Ähm... Nein. Diese Mixtur wird nicht funktionieren. Diese Mixtur wird nicht funktionieren. Gut. Kann doch sein, dass wir das vielleicht gar nicht in diesem Raum finden, dass wir erstmal weitergehen müssen. Was wir... Hallo? Da... Jetzt muss ich auch noch die Treppe hochgehen. Okay. Was haben wir denn hier? Der menschliche Darm. Jawoll. Arschbiologie. Ui. Gross. Ich will's nochmal hören. Arschbiologie. Uuuuh. Ekelig. Moment nochmal. Arschbiologie. Uuuuh. Ekelig. Entschuldigung. Das hat sie gesagt. So. So, müssen wir mal gucken. Schauen wir mal in, äh... Das nächste Zimmer. Ob wir da was finden. Ganz schön creepy. Max. Wenn du nicht Sodiumchlorid in der Wissenschaftslebe finden kannst... Gebe es auf. Ich hab schon aufgegeben... Was haben wir denn hier? Ist das... Ist das derselbe Raum? Nee, oder? Doch, ist derselbe Raum. Okay. Die Schule hat auch nur zwei Klassenzimmer. So, willkommen zur Let's Play Live Show an aller neuen Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Da drüben komm ich wahrscheinlich nicht rein, oder? Doch. Das ist doch unser Klassenzimmer, ne? Das ist wie eine Szene in einem Horrorfilm. Yep. Sieht ein bisschen aus wie in einer Szene wie im Horrorfilm, sagt sie gerade. Das ist ein Leuchtturm. Kontestpicture. Okay, da sind einige Fotos schon für den Kontest. Zigarettenpaket. Okay. Ich glaube auch, dass er da sehr viel Interesse zeigen wird. So, können wir hier was machen? Nee. Mann, ist das spannend gerade. Das ist schon geil. Da ist das Duct Tape. Sehr schön. Da haben wir das Panzerband. Nur ein weiteres Ingredient. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir noch... Ähm... Diese Chemikalieder bekommen. Die Frage ist nur... Wo? Also im Physikraum ist schon mal nichts drin. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ihr alle so ein bisschen so sehr... ...aufgeregt oder sehr spannend zuseht. Deswegen schreibt ihr auch so wenig. Also ist jetzt kein Dings oder so. Ne, aber finde ich gut. Ihr seid wahrscheinlich auch total... ...gespannt, was alles noch passieren wird. Ich natürlich auch. Missing Person. Da ist schon wieder Rachel Amber. Ja, ich werde dich finden, Rachel. Für Chloe und Kate. So, da müssen wir gleich hin. Gehen wir mal hier drüben rüber. Ob wir hier vielleicht irgendwas finden. Bathroom. Ja. Im Badezimmer hat alles angefangen quasi. Okay. Doch, da ist das genauer hinsehen. Okay. Danke für den Tipp. Kann ja nur da sein, weil... eigentlich... ist es ja logisch. Ist ja eine Chemikalie. Die brauchen wir dafür. So, da müssen wir mal schauen. Müssen wir mal genauer hinschauen. Hey, Max. Wenn du nicht Sodiumchloride in dem Forschungslabor finden kannst... gib es auf. Hallo, Chichi. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hm. Hm. Okay. Dann werde ich mal... werde ich mal alles genauer absuchen.